So, und damit herzlich willkommen zur ersten von drei Folgen des nächsten Formates, nämlich Millionaire Hotzee. Heute Abend spielen 6 Milliarden aus dem Chat mit. Ich freue mich auf den Vincent, genauso wie den X7 Air Worker, den Millionaire Man aka Alex, Glocken M, Bari 007 und Linitus. So, das heißt, ich erkläre euch jetzt quasi erstmal kurz das Hauptspiel. In diesem Sinne, wir bringen unseren ersten Spieler in die Mitte. Wer es ist, bitteschön. So, als erstes spielt nämlich der X7 Air Worker. Die Regeln für alle sechs, die gerade mitspielen, ihr seht sie ja live im Twitch, wie ihr wisst ja, wie es ist, ein bisschen so, wo die Folgen herkommen. Die Regeln sind sehr spannend. Es gibt 15 Fragen zur Million. Jeder von euch sechsten hat genau einen einzigen Joker, nämlich das ist der Passjoker. Wenn ihr eine Frage nicht wisst, dann könnt ihr euren Passjoker einsetzen und verlasst quasi den Stuhl und geht zurück ins Publikum quasi. Und der Nächste würde die Stange betreten und deine Frage bekommen. Ihr spielt so weit, wie ihr könnt. Wenn ihr irgendwann sagt, ich will es nicht weiter, dann könnt ihr passen, dann könnt ihr zurückgehen ins Publikum. Der Nachfolger von euch, der eure Frage kriegt, kriegt eure Frage und hat wiederum die gleiche Zeit, wie ihr jetzt seid. Das Schlimme daran ist nur, wenn ihr eure Frage falsch beantwortet, bzw. allgemein eine Frage falsch beantwortet wird, dann passiert folgendes. Der höchste Betrag aus dem Geldbaum wird gestrichen. Demzufolge wird Frage 15 gestrichen und die nächst höhere Summe wäre Frage 14 für eine Viertelmillion lediglich noch. Und das Ganze geht nach wie vor weiter nach unten. Das heißt, je mehr Kandidaten rausfliegen, umso niedriger ist der Höchstgewinn, den man mitnehmen kann. Aussteigen gibt es in diesem Format nämlich nicht. Das heißt, alle von euch, die mitspielen, ihr müsst antworten, so oder so, oder euren Passjoker einmal einsetzen. Solltet ihr gerade durch einen Passjoker von einem anderen Spieler in die Mitte gekommen sein, könnt ihr nicht passen, dann müsst ihr diese Frage spielen. Ihr habt keine Chance, wenn ihr der aktuelle Spieler seid, nach einem Pass, ihr habt keine Chance rauszusteigen. Ihr müsst dann so weit spielen, wie ihr kommt und irgendwann scheitert ihr. Das ist das Miese daran. Deswegen, derjenige von euch, der am Ende der Sendung die letzte Frage richtig beantwortet gab, der gewinnt die Gewinnsumme entsprechend oder fällt auf die 1000 Dollar Sicherheitsstufe zurück. Alle anderen, die falsch antworten, gehen mit 0 Dollar raus. Das Format hier gibt es seit 2009 in Australien und ich würde mal sagen, abseits dieser Regelungen, muss ich noch eine Sache erwähnen, nämlich, die alle Fragen werden gegen die Zeit gespielt. Die ersten 5 Fragen haben 20 Sekunden Zeit. Wir haben jetzt statt 15 Sekunden 20 genommen, weil im Stream-Chat ein bisschen Delay drin ist. Die nächsten 5 Fragen bis Frage 10 sind 40 Sekunden Zeit, statt 30 original und die oberen 5 Fragen von Frage 11 bis 15, es stehen statt 40 Sekunden, sind 60 Sekunden Zeit. In dem Fall ein bisschen mehr Zeit für den Stream-Chat, damit kein Stress entstehen kann, was das angeht. Dennoch denke ich mal, dass damit alle Regeln raus sind. Ich bin gespannt, wie das wird. Ich wünsche euch allen viel Glück. Ihr wisst ja, wenn ihr den Joker nehmen wollt, schreibt rein Lifeline, Händers nochmal, wenn ein anderer vor euch passt, dann könnt ihr euren Pass-Joker bei seiner Frage nicht nutzen, müsst ihr spielen. Aussteigen gibt es nicht, deswegen Walk Away, den Befehle gibt es überhaupt nicht. Ihr könnt nur mit den Commands Final A, B, C, D einloggen halt, wie ihr es gewohnt seid, oder halt mit Lifeline euren Pass-Joker quasi herbeirufen, wenn ihr einen habt noch. So, und ich würde sagen, damit sind alle Regeln raus und wir starten in Millionaire Hotseat, unsere ersten Folge. Ich bin gespannt, wie das wird. Die ersten 5 Fragen sind genauso leicht und schwer wie immer, man kennt's. Wir starten mal. Also, die erste Frage für den Airworker. Du weißt, wenn du einloggen willst, in kleinen Schreibst in Chat rein Final, dann in Leerzeichen, den Großbuchstaben A, B, C oder D, direkt hinten dran. Also mit dem Leerzeichen Final, Leerzeichen, in Großbuchstaben, den Buchstaben. Erste Frage für 100 Dollar. Robin ist sozusagen Batmans, Treppenlift, Rollator, Krückstock oder Gehhilfe. Ist er gerade überhaupt da? Ist doch gerade eine gute Frage. Ich hab jetzt mal für ihn eingeloggt. Bei allem mit C, das du gesagt hast, okay, ich hätte das Ding gesagt. Erstmal, wenn ich euch dazu sagen muss, wenn die Fragen auftauchen, achte dich auf den Stream, achte bitte auf den Chat, weil die Fragen werden vom Chatbot in den Chat reingedonnert. Ich weiß nicht, wie groß dein Streamdelay ist, deswegen, du hast die Frage in Echtheit im Chat vom Bot gepostet. Und zweitens, versuch abzuschätzen, weil die Zeit um ist, etwa. Das war für dich, an der Bode eingelogt, weil ich jetzt keinen rausfliegen lassen wollte. Aber es wäre mit, wie gesagt, wie du gemacht hast, Final, Leerzeichen, in Großbuchstaben, wie du gemacht hast. Du musst in Zeit damit bleiben. Versuch in der Zeit drin zu bleiben und nimm die Fragen aus dem Chat. Der Bot musst du dir hier reinposten. Was umgibt häufig die eigentliche Geschichte eines Romans? Postershop, Rahmenhandlung, Fotogeschäft oder Antwort D, Bildergalerie, Zeit läuft. Rahmenhandlung, richtig. Sobald Antwort D im Chat drin ist, kannst du die Antwort einloggen. Und 300 Dollar. Was verursacht Schäden in der Hauswand? Da haben wir Seife, Schwamm, Bürste oder Waschlappen. 7 Sekunden, 6 Sekunden, 5 Sekunden. Antwort Art, eingeloggt Seife. Ist leider falsch. Es wäre der Schwamm gewesen. Das heißt, da haben wir unsere ersten Kandidaten, der leider rausfliegt. Aber auch den Nachteil für alle anderen, denn die oberste Gesinnensumme, die eine Million, ist jetzt weg. Und die nächste Frage. Die nächste Frage. Hoppla, Moment. So, wir sind zurecht schieben. Vincent, darf als nächstes jetzt. Vincent, deine Frage für 300 Dollar lautet. Was ist Zucker? Da haben wir. Sacha Rose, Sacha Nelke, Sacha Lilie. Oder wir haben Antwort D, Sacha Tulpe. 6 Sekunden, 5 Sekunden. Okay, Leute, sind ihr überhaupt da? Oder habt ihr so einen harten Delay? Was ist los bei euch? War gerade eine Frage an alle. Habt ihr so einen starken Delay? Wir fangen gleich schon mal von vorne an. Okay, der ist auch einfach eingeloggt. Okay, hab ich schon mal für dich eingeloggt, erste Frage. Aber ja, ist richtig. Wie gesagt, Vincent, nicht auf den Stream hier achten. Du musst die Antworten und Fragen, die aus dem Chat rausnehmen. Der Delay war bei mir auch extrem stark. Ach, scheiße, Mann. Was ist denn da los? Diese überschissenen Zerender-Texturen. Bei mir ist alles gut, glaube ich. Verdammt heftig. Ernsthaft. Einfach, wieso? 2,3 Sekunden. Also, das ist... Okay, das geht ja. Das ist aber normal. 2,3 Sekunden ist normal. 300 Dollar. Also, wie gesagt, Vincent, achte nicht auf mein Lesen. Lest ihr im Chat oben die Antworten durch und die Frage durch, wenn sie im Chat auftauchen. 5 bis 15 Sekunden. Aber nicht im Stream-Chat, oder? Ich, wie gesagt, lest euch nicht die Antworten bei mir im Stream. Konzentriert euch beim Mitspielen da drauf, wenn die Antworten bei euch im Chat reinkommen. Der Chat ist bei euch in Echtzeit. Der Chat ist bei euch in Echtzeit. Ihr müsst den Chat lesen, nicht den Stream lesen, wenn ihr dran seid. Das ist für euch viel einfacher als... Weil ihr dürft nicht auf das Bild hier achten von mir. Ihr dürft nicht hier auf den Stream achten. Ihr müsst auf den Chat drauf achten, wenn ihr Spiel dran seid. Also, wenn ihr Spieler seid. Also, sobald Antwort D nämlich im Chat drinsteht, laufen 20 Sekunden runter. Das heißt, ihr müsst euch denken. 20, 19, 18, 17. Müsst ihr euch denken einfach. Machen wir einfach weiter, oder? Ja, wie gesagt, wir machen sowieso weiter. Wir gehen auf 500. So, wieder einklicken. Kommt ein Gremium nicht zu brauchbaren Ergebnissen, dann produziert offenbar der... Plunder, Plunder. Abfall, Abfall. Krempel, Krempel. Oder D, Zeit läuft. Ausschuss, Ausschuss. Antwort D. Ausschuss, Ausschuss. Ist richtig. 500. Und wir gehen auf 1000. Welche Regel gilt, wenn der Mann von Kanzlerin Merkel für Heiterkeit sorgt? Ist es Antwort A. Hunger ist der beste Koch. Antwort B. Sauer macht lustig. Antwort C. Käse schließt den Magen. Oder Antwort D. Im Wein liegt die Wahrheit. 8. 8. 7. Antwort B. Sauer macht lustig. Und das ist die Sicherheitschufe für einen von euch. Sehr gut. Die Sicherheitschufe ist also für einen von euch heute Abend schon mal erreicht. Das heißt, 1000 Dollar gehen hier schon mal mindestens heute raus. Wer sie bekommt, entscheiden wir in dem Sinne mit der letzten Frage des Abends. 250.000 muss immer noch zu holen. Bis dahin sind es noch, ähm, wie heißt es hier? Doch. Sind noch, bis dahin sind es noch 9 Fragen. Toll, so toll. Wir machen weiter mit Frage Nummer 6. Du hast noch deinen Pastor, wenn du in die Schlange wieder zurück willst. 1500 Dollar. Was kauft man beim Herrenausstatter? Ist es Antwort A. Ein Kondom. Ist es Antwort B. Ein Präservativ. Ist es Antwort C. Ein Überzieher. Oder Antwort D. Lümmeltüte. 40 Sekunden Zeit. Antwort C. Überzieher. Richtige Antwort. Wir gehen auf 2500. Frage Nummer 7. Welcher galaktische Held ist eine Kultfigur im Universum der Heftromane? Da haben wir Antwort A. Harry Roden. Antwort B. Johnny Logan. Antwort C. Lemmy Corschen. Oder Antwort D. Percy Hoven. Du hast einen Passjoker, wenn du zurück willst. 20 Sekunden noch. Lifeline. Dann passt du. Und wir spielen weiter mit Bari. Bari. Auch für dich die gleiche Frage wie er. Welcher galaktische Held ist eine Kultfigur im Universum der Heftromane? Perry Roden. Johnny Logan. Lemmy Corschen. Oder Percy Hoven. Die Zeit für dich läuft ab jetzt. Antwort D. Die Frage ist eine Kultfigur im Universum der Heftromane? Die Frage ist eine Kultfigur im Universum der Heftromane? Die Frage ist eine Kultfigur im Universum der Heftromane? Genau, passend durftest du nicht. Demzufolge ist wieder eine Gewinnsumme draußen. Dann geht's weiter mit Glocken. Und seine 2.500 Dollar Frage lautet. Welches im Elektronikmarkt erhältliche Teil verdankt seinen Namen seiner Form? Da haben wir im Angebot. Antwort Antwort A. W. Kopfhörer. B. X. Steckdose. C. Y. Kabel. Oder Antwort D. Z. Batterie. Richtige Antwort. Und genau, wie Linus schon gerade am Start gefragt hat, bei der Frage wäre jetzt schon passend wieder möglich gewesen. Immer dann, wenn jemand von euch passen sollte und der Nachfolger muss die Frage spielen, dann muss er eine Frage beantworten, bis er seinen freigeschaltet hat. Sollte er aber rausfliegen, hat dessen Nachfolger automatisch den Passjoker wieder. Gut. Siebte Frage erledigt. Wir schauen auf Frage 8 für 4000. Und Barley, ich weiß, es ist ein bisschen nervig, aber die Fragen, ich hab keinen Einfluss drauf, welche da drankommt von denen. Es könnte eine Scheißfrage sein, es könnte eine gute Frage sein. Wir machen weiter. Frage Nummer 8 für 4000 lautet. Was gehört auch bei Reinigungskräften zur Anatomie ihres Körpers? Da haben wir im Angebot Herzbürste, Lungenlappen, Leberschrubber oder Nierenschwamm. Der Lungenlappen ist richtig. Läuft doch. Wir schauen auf Frage Nummer 9. Sie ist 6000 Dollar wert. Du hast doch deinen Passjoker. Aber ich war nochmal, es sind von hier aus nur noch 5 Fragen zu 100.000 Dollar. Frage 9. Was trifft auf die deutschen Filmgrößen Michael, Bulli, Herbig und Jürgen Vogel zu? Ist es Antwort A, Größe 1,90 Meter, Antwort B, Auskondinierungen 2 Stück, Antwort C, Geburtstag 24.09.1968 oder Antwort D, Ex-Ehefrau Anna Los. Passend, okay. Dann geht es für dich zurück. Und deine Frage geht als nächstes nämlich der Alex. Der Millionaire Man geht die Frage. Wieder 40 Sekunden Zeit. Was trifft auf die deutschen Filmgrößen Michael, Bulli, Herbig und Jürgen Vogel zu? 1,90 Meter Größe, 2 Auskondinierungen, 24.04.1968, Geburtstag oder Ehefrau Anna Los. Antwort C, Geburtstag 24.09.1968. Geraten oder gewusst? Die Ex-Ehefrau ist falsch. Die Größe 1,90 Meter ist auch falsch. Oscar-Nominierungen 2 Stück. Schön wär's. Aber nein, es ist ja Geburtstag. Richtige Antwort. Problem geraten, sehr gut. Hat funktioniert. Wir sind noch vier Fragen von 100.000 Dollar entfernt. Du hast deinen Passjoker auch noch. Wir schauen auf Frage Nummer 10. Wert 10.000 Dollar. Ich war nur mal vor. Im Falle, dass Alex jetzt passen sollte und einer von den anderen drei von euch eine Frage richtig beantworten sollte, ist Alex automatisch in der nächsten Sendung wieder mit dabei, denn er überlebt diese Runde wahrscheinlich sogar. Vier Fragen, vier Spieler. Am Ende wird einer übrig bleiben. Es sei denn, alle fliegen nach und nach raus. Wir warten mal ab. Frage 10 für 10.000. 40 Sekunden Zeit geht's auch hierfür wieder. Die Frage dafür lautet... Heizpilz, Magnetrührer und Rotationsverdampfer gehören zur Grundausstattung eines Klimagerätes, eines Chemielabors, eines Dieselmotors oder eines Gasinstallateurs. 40 Sekunden Zeit laufen. Er hat an Bord A eingeloggt. Er hat zufkiert. Passend hätte er ja können. Aber nur geraten. Nehmen müsste B sein, sagen die anderen direkt schon. Lieblos hat leider recht. Es ist B. Demzufolge hast du denen quasi ihr Spiel versaut. Du gehst mit 0 Dollar nach draußen und die anderen kämpfen noch um 50.000. Demzufolge spielt als nächstes weiter der Linitus. Der Linitus spielt weiter und deine 10.000 Dollar Frage lautet... Welche Farbe gehört zu einem Skatspiel mit deutschem Blatt? Klingeln. Läuten. Schellen. Oder bimmeln. 40 Sekunden Zeit. Du kannst noch passen. Du hast deinen Joker auch noch. Antwort C. Schellen. Du hast ein Skatspiel mit deutschem Blatt. Klingeln. Klingeln gibt es nicht als Farbe. Bimmeln auch nicht. Leuten genauso wenig. Du hast richtig geantwortet. Es sind die Schellen. Normalerweise ist der Sound der Sicherheitsstufe erreicht, aber hier ist der Standard. 10.000 Dollar ist geschafft. Die zweite Hürde ist also auch geschafft. Wir sind im zweiten Drittel jetzt angekommen. Zwei Fragen gibt es noch zu spielen. 20.000 wäre die nächste, die Linus spielt. Sollte er sie falsch beantworten, spielt sein Nachfolger hinten dran um 20.000 Dollar, die er gewinnen könnte. Und du hast den Pass noch übrig, aber ich glaube, jetzt ihn einzusetzen, gewährt er quasi nur, dass du dich nicht blamierst. Zwei Fragen noch, drei Kandidaten. Das heißt, einer von euch muss definitiv draußen bleiben. Du kannst passen. Es wäre aber nicht sinnvoll. Wenn du passen würdest, kommst du ins Publikum rein. Es sind zwei Spiele da vor dir bei zwei Fragen. Also du würdest nicht mehr dran kommen. Und man will ja gewinnen. 20.000 Dollar gibt es für Frage Nummer 11. Sie lautet wie folgt. Werbezwang Boris Becker beim Wimbledon Turnier 1987. Sensationell in der zweiten Runde. Pat Cash. Brad Gilbert. Peter Dohan. Oder Tim Mayone. Mayone. Ja, du wärst dabei. So oder so. Aber es wäre dämlich. Niemand passt bei diesem Level jetzt. Niemand würde jetzt hier passen. Jeder würde aufs Geld aus sein. Bei zwei Fragen. Ich würde jetzt sagen. Ziel Peter Dohan sagst du. War es komplett geraten gewesen? Oder hast du dir jetzt eine Ahnung gehabt? Bei der Frage. Ich bin ganz ehrlich, bei dieser Frage hier wäre ich raus gewesen. Also ich hätte es herrten können, von wegen von den Namen her, aber für mich hätte es jeder Sinn gemacht, außer vielleicht so ein Wort wie D hätte es für mich keinen Sinn gemacht, weil es nicht ein unschöner Name gewesen wäre, vielleicht A auch nicht. Natürlich hätte ich auch sich ein B und C entschieden gehabt, aber... Richtige Antwort ist Peter Dohan. Sehr gut. Demzufolge heißt das, du spielst die finale Frage heute Abend. 50.000 sollen stehen auf dem Spiel. Letzte Frage, passend bringt hier überhaupt nichts mehr. Also in diesem Sinne, alles oder nichts? 50.000 oder 1.000, die sicher sind? Deine Frage Nummer 12 lautet wie folgt. Welches Land hat im Europäischen Parlament die wenigsten Stimmen? Die Frage aus dem Jahr 2004. Ist es Antwort A, Luxemburg? Antwort B, Malta? Antwort C, Slowakei? Oder Antwort D, Estland? 60 Sekunden Zeit. 38 Sekunden Malta. Jetzt bin ich gespannt, war es geraten oder gewusst? Ein letztes Mal. wieder geraten, dann kann ich nur sagen, du bist im Raten leider echt gut. 50.000. Du hast gewonnen. Demzufolge ist das die erste Folge Hot Seats. 50.000 Dollar für die erste Runde, 12 Fragen, richtig spannend worden, das ist immer Sinn. Aber 100.000 und mehr sind auch noch zu rennen. Das war's für die erste Folge, wir sehen uns bei der zweiten gleich wieder. Schönen Abend, einen schönen Tag noch und auf Wiedersehen. Tschau! Outro 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 Outro